Welche Yoga-Ausbildung ist anerkannt? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen zur Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und hier die Frage, die mir gestellt wurde, ist, welche Yoga-Ausbildung ist anerkannt? Zunächst einmal ist die Frage, was heißt überhaupt anerkannt? Wer kann Yoga-Lehrer-Ausbildungen anerkennen? Der Begriff Yoga-Lehrer ist in Deutschland nicht klar geregelt, auch in Indien Yoga-Teacher ist nicht klar geregelt und so gibt es keine allgemeine Anerkennung von Yoga-Ausbildungen. Und man könnte sagen, es gibt verschiedene Anerkennungsinstitutionen, zum einen gibt es die Berufsverbände und so gibt es ein paar Berufsverbände, zum Beispiel den Berufsverband der Yoga-Vidya-Lehrer und Lehrerinnen und es gibt den BDY, den Berufsverband der deutschen Yoga-Lehrerinnen und das sind die zwei bedeutendsten Berufsverbände. Dann gibt es noch den Deutschen Yoga-Dachverband, der auch eigene Yoga-Ausbildungskriterien hat. Insofern könnte man sagen, eine Anerkennung von Yoga-Ausbildungen geht über die großen Berufsverbände, die natürlich einer übergeordneten Qualitätssicherung dort verschrieben sind. Insofern sind die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildungen und BDY-Ausbildungen von einem Berufsverband anerkannt. Innerhalb dieses Berufsverband gibt es dann eben auch Qualitätsrichtlinien, Ethikrichtlinien, es gibt Schlichtungsstellen und so weiter und wenn du einen Yoga-Kurs mitmachst bei einem Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin, der von einem der großen Berufsverbände zertifiziert ist, dann hast du letztlich auch eine Möglichkeit, im Fall von Schwierigkeiten, dich an den Berufsverband zu wenden. Dann gibt es die Krankenkasse als Anerkennungsinstitution, denn Yoga-Kurse sind ja auch letztlich bezuschussbar durch Krankenkassen als Präventionsmaßnahmen und die Krankenkassen haben eigenständige Qualitätskriterien aufgestellt, welche Yoga-Lehrer erfüllen müssen. Und die Krankenkassen haben letztlich über die zentrale Präventionsstelle, die sogenannte ZPP, zentrale Prüfungsstelle für Präventionsmaßnahmen der Krankenkassen, haben dort auch letztlich Verzeichnisse erstellt, wo man Yoga-Lehrer finden kann, die von den Krankenkassen anerkannt sind. Und auch hier gilt wiederum, die Ausbildungen der großen Yoga-Berufsverbände sind typischerweise auch anerkannt durch die Krankenkassen. Und so ist zum Beispiel auch die Yoga-Vidya-Lehrer-Ausbildung anerkannt durch die Krankenkassen. Eine dritte Zertifizierungsstelle ist letztlich die American Yoga Association, die aus der Californian Yoga Association hervorgegangen ist und die hat dort verschiedene, hat im Grunde genommen zwei Ausbildungsarten. Es gibt die 200-Hours-Training-Kurses und die 500-Hours-Training-Kurses. Und auch hier gilt zum Beispiel, Yoga-Vidya ist von dieser auch anerkannt. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn du außerhalb von Deutschland unterrichtest, im deutschsprachigen Raum spielt die amerikanische Zertifizierung kaum eine Rolle. Dann gibt es eine weitere Anerkennungsstelle, das ist das Ayush-Ministerium Indien. In Indien gibt es ein Ministerium für Ayurveda, Yoga und andere Methoden der Ganzheitsmedizin und die haben einen eigenen Kriterienkatalog entwickelt. Und hier gibt es auch, die bemühen sich letztlich die weltweite Anerkennungsstelle für Yoga-Ausbildungen zu werden. Sie spielt in Indien eine wichtige Rolle, aber außerhalb von Indien spielt sie bisher gar keine Rolle. Gut, dann haben natürlich die Fitnesszentren und die Volkshochschulen oft dezentral ihre eigenen Kriterien, welche Yoga-Lehrer sie dort einstellen wollen und welche Ausbildungen sie absolviert haben sollen. Grunde genommen gilt, wenn du bei einem großen Yoga-Berufsverband die Ausbildung machst, da kannst du letztlich sicher sein, dass die Ausbildung auch gut anerkannt ist, auch wenn es die zentrale Anerkennung von Yoga-Ausbildungen in Deutschland und Europa nicht gibt.